Einen wunderschönen. Leute, ich habe noch nie so dermaßen ein Like verdient. Ich habe Cyberpunk. Es ist da. Ich könnte es spielen. Aber ich nehme jetzt lieber erst ein FNAF Let's Play für euch auf. Ihr habt mir das letzte Mal ganz tolle Tipps gegeben. Und zwar habt ihr gesagt, dass sobald einer im Gang steht oder im Lüftungsschacht ist, muss ich Freddy's Maske aussetzen. Außer bei Foxy, da bringt das nichts. Da habt ihr mir aber nicht gesagt, was ich dann machen muss. Ich glaube aber, dass Foxy auch in der ersten Nacht wahrscheinlich nicht kommt, so wie es ja beim ersten Teil auch war. Da kam Foxy ja, glaube ich, erst in der dritten Nacht oder so. Deswegen mache ich mir da jetzt noch keine Sorgen. Und ich muss die Spieluhr immer aufziehen, wurde mir gesagt. Weil sonst kommt Puppet. Und ja, das war es dann auch schon an Tipps. Das würde aber, denke ich mal, für die ersten zwei, drei Nächte auch reichen. Und ich würde sagen, dass wir heute auch mal eine durchziehen. So, die erste Stunde ist ja immer massiv chillig. Sind auch alle da. Ich glaube nicht, dass das Foxy ist, weil es gibt hier auch so kaputte... Wo war das? Irgendwo. Ja, hier sind auch kaputte Puppen. Ich glaube, dass... Dass das ein anderer Foxy ist. Der heißt auch anders. Da wurde doch auch irgendwas geschrieben. Mängel? Dass der Mängel heißt? Kann das sein? Sind alle noch da? Da wurde mir auch irgendwas gesagt, dass dieses Radiorauschen hat irgendwas mit Mängel zu tun, glaube ich. Ach ja, und was mir auch nicht gesagt wurde, und zwar, wenn jetzt hier einer im Lüftungsschacht ist, kommt der dann als nächstes... Also bin ich als nächstes tot? Oder sehe ich den hier auch nochmal? Also ist dann noch ein Step dazwischen. Weil dann quasi entweder steht hier jemand, ich setze Freddy's Maske auf, dann gucke ich hier, da ist jemand, setzt Freddy's Maske auf, und ich gucke hier und setze Freddy's Maske auf. Das weiß ich jetzt noch nicht. Sind noch alle am Stüssel, oder? Oh. Und die Taschenlampe bringt mir eigentlich gar nichts. Also insofern, dass ich halt was sehen kann, aber... Es macht eigentlich auch keinen Sinn, jetzt auf den Camps irgendwas rumzuschauen, weil entweder sind die Leute hier... Die Spieluhr ist leer, und was anderes habe ich ja eh nicht zu tun. Ich höre was. Ich höre was. Was war das? Hier sind noch alle da. Er ist am Stüssel. Lunga ist hier. Es ist schon zwei, und es hat sich noch niemand bewegt. Wir haben eine sehr gute Chance, das zu schaffen, Freunde. Oh, oh, Spielu. Er wieder aufziehen, den Boy. So. Mei. Oh, oh. Bonnie ist weg. Können wir mal schauen. Chica ist unterwegs. Bonnie ist hier. Okay. Das ist drei. Alles noch stabil, Freunde. Alles noch stabil. Ach. Oh, oh. Letztes Mal kam auch Freddy. Da hat mir jetzt niemand in den Kommentaren gesagt, was ich dagegen machen kann. Ich deute ja Nein an. Geh weg. Ja. Was ist eigentlich, wenn ich einfach die ganze Nacht die Maske... Oh, nein. Die Spieluhr. Ich kann nicht weg jetzt. Das ist doch scheiße. Ich muss ja die Spieluhr aufziehen. Alter, geh weg jetzt. Hä, die geht nicht weg. Die geht nicht weg. Was soll ich denn machen? Ach, komm jetzt. Spieluhr schon wieder. Geh weg jetzt. Bonnie habe ich ja auch nicht mehr im Auge. Ey, die steht einfach da und guckt mir hier an. Spieluhr schon wieder. Das steht aber noch da. Verpiss dich jetzt. Jetzt ist da noch jemand im Lüftungsschacht. Bedeutet das Schnaufen eigentlich irgendwas? Schnaufe ich anders oder so? Okay, sie ist weg. Da ist niemand. Oh, oh. Hä, die stand doch gerade im Flur. Kommt die auch aus dem Lüftungsschacht? Jetzt steht sie wieder da. Die Alte verarscht mich doch. Es ist fünf. Es ist fünf. Es ist fünf. Leute, wir schaffen es. Wir schaffen das. Ich lasse einfach die Maske auf. Mir ist scheißegal. Mann, mach jetzt. Es ist vorbei. Zeit ist um. Komm. 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 Es ist sechs. Es geht schon bis sechs, oder? Freddy, nein! Nein, nicht Freddy. Alter, wie lang ist es denn bitte? Fünf? Mein, da ist... Yes! Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Geschafft ist geschafft. Ganz einfach. Leute, ihr müsst mir mehr Tipps geben. Ich weiß nicht, was ich gegen Freddy machen kann. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn Chica dasteht. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn jemand dasteht und die Spieluhr aus ist. Haut mal ein paar Tipps raus. Beim ersten Teil habt ihr quasi komplettes Tutorial geschrieben, Walkthrough. Ihr habt mir sogar Bilder gemalt mit den Kameradingen und hier hat jetzt keiner Tipps, oder wie? So, jetzt am Start chillen wir erstmal unsere Base. Spieluhr. Halt. Halt. Was drücke ich denn? Okay. Ist denn noch alle da? Ich glaube, die muss ich ein bisschen länger im Auge behalten. Dann marschieren die gar nicht erst los. Sind jetzt alle relativ schnell gekommen. Und wenn ich, wenn die drei nicht weggehen und die Spieluhr voll ist, kann ja theoretisch gar niemand kommen. Ist ja nur... Oh oh. Oh oh. Was macht der da oben? Nein, Bonnie ist weg. Mängel ist weg. Was? Was geht denn jetzt? Bonnie? Wo ist Mängel? Immer noch hier. Okay. Scheiße. Ballunga ist auch weg. Und Mängel ist hier. Mängel ist hier. Ballunga ist weg. Nein. 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 Wo ist Ballunga? Oh, Chica. Boah, es ist viel schwerer als der erste Teil. Die ersten drei Nächte habe ich allein geschafft beim ersten Teil. Jetzt schaffe ich ja mit Tipps komme ich ja nicht weiter. Die Spieluhr, verdammte Scheiße. Oh. Bei Mängel habt ihr gesagt, soll ich die Maske nicht aufsetzen? Na, was soll ich denn sonst machen? Okay, er ist weg. Nein, die Taschenlampe geht nicht mehr. Das war's. Oh. Digga. Aber das ist doch jetzt jemand anderes. Also der, wo gerade im Flur stand, ist nicht der. Also gibt's doch Foxy und Mängel, oder? Ja, die Runde ist schon, sie ist schon vorbei. Was willst du jetzt da noch machen? Ja, klar. Freddy noch dazu. Wie schaut's aus? Ja, die Runde ist verloren. Nein, Freddy. Wieso geht denn die Lampe immer nicht mehr? Ich wusste es. Aber mit Chica habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, aber jetzt kurz. Ihr habt gesagt, also nicht ihr, irgendjemand hat gesagt, wenn Foxy oder Mängel kommen, dann die Maske nicht aufsetzen. Es hat doch jetzt geholfen. Die waren ja dann weg. Gegen Chica hat's irgendwie nichts gebracht. Ein Chica? Kleiner Stimmbruch. Okay, ich muss mehr... Wo ist Foxy eigentlich? Das ist Mängel. Aber wo ist Foxy? Der ist doch bestimmt wieder so irgendwo dahinter und man kann den nicht so vorziehen. Irgendwie so ein Dreck, oder? Die Kämpf... Die Kämpf... Kämpf... Verbrauchen keinen Strom. Das heißt, ich kann die hier so lange angucken, wie ich lustig bin. Dann switche ich nur kurz rüber. Machen wir mal Funzen. Gucken wir hier wieder. Schauen wir mal, ob Mängel noch da ist. Mängel ist noch da. Alles cool. Alles cool. So handhaben wir das jetzt. Wir werden mehr Zeit in den Camps verbringen. Und eigentlich nur zwischen 9 und 12 switchen. Schauen, dass Mängel nicht abhaut. Und dass die drei Kasper hier bleiben. Und hier halt kurz mal die Spilluhr aufziehen. Ja, kurz ist gut, gell? So. So. So und alle. Ja, das ist natürlich, gell? Was machst du jetzt da? Wo ist er jetzt wieder, der Boy? Okay, der geht dann immer gleich zum Partyraum. Okay, müssen wir mal gucken, dass er im Partyraum bleibt. Das ist ja auch okay. Ich höre jemand laufen. Bonnie ist weg. Okay, Bonnie ist auf 4. Wie schaut's mit Mängel? Mängel ist weg. Mängel weg ist nicht gut. Okay, der steht schon im Gang, oder? Wo ist er dann? Mängel. Mängel. Was ist das für ein Geräusch? Okay, Bonnie ist hier. Ich höre jemand lachen. Nicht cool. Gar nicht cool. Es ist erst 2. Chica weg. Hello? Okay, das Hello ist, würde ich jetzt einfach mal, okay, das Mängel, der Logik halber sagen, dass das Balloon Guy ist. Oder? Ja, aber Hello sagt das Balloon Guy. Wo der ist? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Foxy am Stössl? Ich bin halt jetzt schon so im Bedrängnis. Es sind jetzt schon so viele... Komm, vergiss es. Es sind jetzt schon so viele Leute da. Und es ist 2. Und Schock. Okay, doch nicht. Da ist Balloon Guy. Okay, ja, gegen Freddy bringt das jetzt nichts. Der kriegt mich jetzt trotzdem. Ja, das war's. Okay, was war das jetzt? Chica wieder am Start. Balloon Guy ist weg. Was war denn das gerade? Chica geht nicht weg. Diese Maske bringt nichts gegen Chica. Erzähl mir nichts. Die bringt nichts. Jetzt ist wieder jemand im Schach. Wir leben echt noch lang, für das, dass Freddy schon da stand. Und Bonnie stand ja anscheinend echt genau vor uns. Oh, ich traue mich immer nicht, die Maske abzunehmen, aber ich... Okay, Freddy wieder am Stössl. Ziehen wir mal kurz die Uhr auf. Und dann setzen wir die Maske wieder auf. Das 4. Ne. Da geht nichts mehr. Dieses Rauschen, dieses Radio-Rauschen da, das ist, glaube ich, Mängel. Aber Balloon Guy ist da. Ach Gott, von allen Seiten. Unmöglich. Leute, es hilft nichts. Ich brauche mehr Tipps. Haut raus, Leute. Haut es in die Kommentare. Bitte, Leute. Ich kann natürlich auch online gucken, aber ich habe Vertrauen in meine Community, Freunde. Unterstützt mich da bitte. Haut raus. Gebt mir Infos. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Ihr könnt den Kanal auch abonnieren. Die Glocke aktivieren. Ihr würdet mich damit mega supporten. Ich bin jedem dankbar dafür und wir sehen uns beim nächsten Mal.